Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 wie immer. Mit Real, wie immer in Liga 1, hocken dich noch lange. Und um das zu erreichen, um das Ziel zu erreichen, warten wir jetzt in Siege, 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 Siege. Alles andere zählt eigentlich nicht wirklich. Und zu durchspielen. Äh. Ja, komm. Ja, B. Spielen wir rein. Oh, meine Fresse. Also viel besser Schausgabe kriegen. Okay, ich komme mal näher ran. Oh, war das gut. Hohohoho. Komm, Bail, komm. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und weg mit. Okay. Das kann uns gefährlich. Oh, scheiße. Und runter zu Bail. Na, von der Idee war es ja ganz nett. Oh Mann, wie stehe ich denn da? Ja. Na gut, klar. Ich mache wieder alte Fehler. Alles auf, außer einen, der es abseits aufhebt. Na gut. Dang. Komm. Also mir fehlt es momentan irgendwie an sehr vielem, den Pfeifer. Alles was mich gut gemacht hat, das fehlt ein Pfeifer. Oh man. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die Saison halten kann, als er die Lieder. Ich muss jetzt volle Offensive wieder, wie am Anfang auch. Damit schieße ich viele Tore. Ich bin hinten sowas von verwundbar, aber habe ich hier schon mit angefangen von nahe. Was soll der Reds? Dabei habe ich mir so schön vorgestellt, auf Sicherheit alles. Momentan. Das lag mit so einem 6 Rückstand hinterher. Alter, das ist ein Foul. Und da liegt einer am Boden. Ah, der wird schon wieder aufstehen irgendwann. Und. Und. Ja, der kriegt ja auch nichts Backen, ey. Brauche ich doch ein Benzema? Ach, ich weiß nicht. Ich brauche ein anderes Team. Irgendwas, was das kann in der Abwehr. Oh Gott, das ist ja. Das verarscht mich doch alle wieder. Egal, weiter geht's. Oh Mann. Wow. Das war gut gehalten. Ah, immerhin das Spiel wird unterhaltsam jetzt. Das war dämlich. Und vor allen Dingen startet Ronaldo nicht. Oh Mann, 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 Jungs. Das ist ein Elfmeter. Natürlich ist es ein Elfmeter. Ey, komm, hör auf, ey. Die stehen so scheiße. Das ist unfassbar. Ich kann meine alte Taktik oder meine alte Art und Weise, wie ich hier gespielt habe, nicht anwenden. Die stehen hinten so kaptastrophal offen. Bei 3-0, um Gottes Willen. Erst bei 2-0 ist es fast unmöglich. Ja, den hätte ich auch so nicht gehalten. Ein paar Drehungen und dann hebel die erstmal mit meiner gesamten Abwehr aus. Ich dagegen krieg nach vorne auch nichts hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin momentan. Also was hier los ist, ich weiß es echt nicht. Ich spiel nicht mehr so, wie ich gespielt habe. Ich bin lange nicht mehr so gut. Warum, weiß ich nicht. Entweder das Spiel schuld, oder ich schuld, oder sonst irgendwas schuld. Aber irgendwas ist schuld. Komm. Ach, Mann. Ach, Leute. Ach, Leute. Der ist wieder komplett frei durch. Gott sei Dank kann er nicht abspielen. Na toll. Haha. Ey, was soll ich denn machen? Benzemaien wechseln eigentlich. Ich werde das echt machen. Mir fällt nichts ein. Also, da wollen wir mal Benzemaien wechseln. Also gewinnen werde ich hier nicht mehr auf unschieben auch nicht. Aber, als ob ich aufgebe. Ach je. Das ist ne Blamage. Ah. Was ich dagegen machen kann, habe ich echt keine Ahnung. Ah. Well, they're a top team. And the scoreline absolutely shows that. I think the manager has brought him off to allow him to get individual ovation for the moment that he provided with this goal. We can see it again. Alter, ey. Also, irgendwo ist es schon sehr blamabel, was mir FIFA hier vorsetzt. Jetzt gehen wir noch schöner. Volle Offensive. Alles oder nix, ne? Nöööööö. Wenn ich hier 8-0 verliere, macht's auch keinen Unterschied mehr. Das ist ein lustiges Ergebnis. Oh. Oh. Endlich mal ne Chance. Gut, Cassias! Gut, 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 gut. Mein Ziel, momentan, ist jetzt einfach mal das Ergebnis, so... ja. rückstand zu verringern das ergebnis zu verschönern leute du kannst du nicht alles pfeifen du dämliche schiedsichter zu den bei mir interessiert sich ja kein märter alter alter weiß der also sorry was kann ich dafür also stelle ein hin ich habe das natürlich das anschaut dann also ich kann nicht komplett was dafür teilweise es echte fahrer so habe ich schon lange verloren wie gesagt das wird jetzt nicht schön blamabel also das ist unfassbar was geschieht sich zu mir hier vor also es ist unfassbar nein oben ist schon wieder alles frei leute er ist jetzt so blind das ist nicht zu fassen ich stelle meine gesamte formation jetzt um wir stellen jetzt alles um mal aus ganz anders 4 5 1 dadurch sind die außen einfach stärker mal dort sind starke spitze natürlich groß in der mitte das wird jetzt den rest von tess spielen hier und dann natürlich keine volle offensiv sonst funktioniert das nicht. Alter, da sind Sachen dabei, das ist nicht zu fassen! Junge, 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 Junge! Das war jetzt immerhin mal was gescheitert, so wie es kommen sollte, so ganz grob. Ah, das sieht doch mal besser aus! Oh, 20 Minuten Testspiel noch! Test einer neuen Formation, denn die alte bringt es nicht mehr! Ja, die ist so offen hinten! Da kriegst du nicht mal noch Verteidiger, wenn du sie suchst! Ja, so gefällt mir das! So, sie schwärmen in alle Richtungen aus! Egal, dass sie besser aus! Das könnte die neue Formation hören! Ob sie klappt, sehen wir dann im nächsten Spiel! Als ob sie gescheit klappt! Wir waren bei 6-0! He he! Ok, Ronaldo! Ah, hat doch mich leider! Ja! Zack! 6-1! Schaff ich noch! Oh, oh, oh! Witz, das hier alles! Wir sind doch ein Linder mit dem Rückstock! Nein, doch nicht dahin! Was hat der noch für den? Hinten stehe ich wirklich super offen! Aber nicht mehr ganz so offen! Bei mir war das wahrscheinlich ein Freistoß! Beziehungsweise gegen mich halt einen Freistoß! Das hat er auch anders geplant! Und... Boah, der gritscht mir halt auch echt die Fresse! Kann ich ja auch! Siehste? Das andere wäre nämlich mit dem Nelbmeter gewesen! Wo ist das alles noch sein? Jetzt am Ende des Spiels! 6-1, ey! Ah! 6-0! War ja noch schlimmer! Oh, vorbei! Dankeschön fürs Zuschauen! Und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!